Das ist Piet in seiner Freizeit. Und das ist Dr. Hans-Peter Dankfurt bei seiner Arbeit. Fast jeden Urlaub sitzt er auf dem Bock, ein Internist im Brummifieber. Wenn Piet in die Pedale tritt, steht eine LKW-Tour kurz bevor. Denn dafür will der 61-jährige fit sein. Radeln, sein einziger Sport. Ein paar Tage lang dreht er nach Feierabend zu Hause in Bad Godesberg seine Runden. Dann kann der Urlaub kommen. Und wo hast du die Jeans? So, ich gehe jetzt in die Koje. Ja, Piet, ich ruhe dich mal ein bisschen aus hier. Können wir uns nachher wechseln. Angekommen sein. Für Piet immer ein schöner Moment. Aber auch ein Moment der Wehmut. Es war wieder sehr spannend. Ich habe sehr viele schöne Erlebnisse gehabt. Reizt mich. Eigentlich ist es schade, dass ich am Montag schon wieder zum Dienst ins Krankenhaus muss. Aber auch das ist natürlich eine Notwendigkeit. Aber es hat mir wieder so viel Spaß gemacht, dass das Suchtpotenzial gestiegen ist. Und dann Money conformatelle健 groundt wird, dass die Karte erinnert sich immer wieder. Das war's.